Ich bin Benni Wollmershäuser, bin 29 und ich schreibe auf meinem Blog Cancelling Cancer über mein Leben mit der Erkrankung, weil ich seit über acht Jahren an Darmkrebs erkrankt bin. Und da erzähle ich so aus meinem Alltag. Ich kriege ganz oft die Rückmeldung, so toll, dass es jemanden gibt wie dich, der darüber schreibt, weil sich manche halt mit jetzt so einer seltenen Erkrankung wie Darmkrebs, also selten in meinem Alter, sich oft allein fühlen, weil sie denken, sie sind die Einzigen, die das haben. Und da ist dann ganz schön zu sagen, ihr seid nicht allein. Ich finde es halt wichtig, dass man Leute hat, mit denen man darüber reden kann. Also natürlich meine Frau einen ganz großen Teil, aber auch Freunde und Familie. Und natürlich mein Blog auch so ein bisschen als Ventil. Also die meiste Rückmeldung ist wirklich so, dass wenn es mir gerade besonders schlecht geht, dass sie dann eben aufmunderte Sprüche und so schreiben und sagen, nicht aufgeben, Kopf hoch, es kommen wieder bessere Zeiten. Es tut schon gut auch von Leuten, gerade wenn man sieht Leute, die mich ein bisschen nett kannten, dass sie sich eben doch für einen interessieren. Es ist einfach schön zu sehen, auch wenn es nur virtuell ist, dass es halt jemanden betrifft, wie es mir geht. Ich versuche einfach, mein Leben trotzdem weitestgehend selbst zu bestimmen, dass auch wenn ich den Krebs nicht aus meinem Leben rauskriege, aber einfach versuche, dem nicht mehr Raum zu geben als nötig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.